Hallo und herzlich willkommen zurück zu Braid wir sind immer noch hier in Welt 6 mit dem unmöglichen beschissenen Leiter-Rätsel und wir probieren es jetzt einfach mal auf andere Weise zwar nehmen wir einfach alles mal mit und ich hoffe dass diese blöde Plattform da hinten einfach mal stehen bleibt sonst müsste das eigentlich nicht funktionieren dürfen Oh sie tut das ja ganz so weit wollte ich dann doch nicht zurückspulen Fuck Schön wenn das so auch klappt nun endlich mal besser und so werde ich das jetzt auch schaffen und dann können wir zum Ende So, auf geht's Das Ende von Braid ist nah Mohaha Was für ein schnelles Netzwerk So, also wir gehen rauf Spur zurück bis wieder bei der Leiter da rum So, okay Jetzt haben wir tatsächlich schon wieder zu weit zurück gespult Fick hin No, so, warum mach ich sowas? Warum? Nochmal Schalte, aktiviere dich Muschafgrafik So Okay Go, 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 go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ich hätte eine tolle Idee irgendwie dass man da von oben irgendwie drauf hüpft. Nochmal. Nein, 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 ja! Ja, ja, ja! Ha! Ich kann es kaum fassen. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das letzte Bussenteil eingesammelt. Juhu! Ach, göttlich. Ich hätte gerne was zu essen, aber so spät, da will ich nichts mehr essen. Ah, schön. Dann auf geht's. Hallo, mein Freund. Wir hatten dich vorhin schon. Du hast aber lange gebraucht. Aber, ja, genau, das wissen wir schon. So, wir vollenden das Puzzle. Ah, schön. Schön. Ein Traum. Alle Treppen haben wir gelöst. Wir haben viele Rätsel durchgemacht. Nur für diesen einen Moment, dass wir jetzt durch diese Tür schreiten. Eins. Wow, wieder ganz viel Text, den ich nicht lesen werde und... Wieso fängt die Tür hinten an? Eine Blume. Ist das... eine Welt, in der die... ...Zeit rückwärts läuft? Nein. Dankeschön, hat mich hochgeschossen. Die Musik läuft auch rückwärts. Eine Lotusblume. Blüme. Na klar, dann laufen die vorwärts. Was ist das hier? Ich muss sie erstmal einsaugen lassen, ...dass sie überhaupt nach vorne schießen. Na hoch komme ich nicht. Das klingt aber cool. Was hilft mir das? Nichts hilft mir das. Ich vermalle da jetzt. Wir müssen da hoch. Aber uns fehlt da unten die Zündschnur. Die muss angezündet werden. Aber wie machen wir das? Und da drüber kommen wir auch nicht. Oder doch? Nein, doch, nein, doch. Kommen wir da hoch? Nein, wir können nur die Zeit manipulieren. Okay, das prüge mich aus. Hm, was passiert, wenn ich ganz lange nach hinten spule? Wir haben erstens coole Musik ... ... und zweitens passiert sonst noch was? Oh, weiter können wir nicht zurückspulen? Nein, schade. Aber der kann vorspielen. Auch nicht schlecht. Yay! Ich möchte wissen, ob ich da hochkommen. Hey! Who is great? Me is great! Da habe ich doch mal einen da, wenigstens, da hingebracht. Okay. Nein! Nein! Juhu! Ich sag, Buster fliegt jetzt hier. Hm, der gehört zu anderen. Natürlich. Okay. Aha! Der gehört zu anderen Kanonen. So! Die Blume ist immer noch da, was das auch immer wiederum mag. So, was passiert hier? Wahrscheinlich nur wieder das Gleiche. Okay, hier kommen die raus. So, wohin gehst du? Bringst du mich irgendwo hin? Brauchen wir mehrere von deiner Art? Stopp, stopp, stopp. Ah, er nimmt mich mit. Tatsache. Nein, 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 nein. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Leute, Leute, das schaffen wir. Nein, 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 du nimmst mich mit. Du nimmst mich mit. Mein kleiner Freund, du nimmst mich mit. So, eins, zwei. Nein, 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 nein. Das geht leider nicht wieder. Oh, da kommt tatsächlich noch einer. Stopp, stopp, stopp. Okay. Wenn da jetzt noch einer kommt, dann könnte ich noch auf den springen. Wenn ich das schaffe. Ja, 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 Tatsache. Braid? What the? Wer zur Hölle ist Braid? Ich bin Tim. Was ist das? Eine Prinzessin? Ich hab dich. Oh nein, ist das etwa ein Bösewicht? Was willst du von der Prinzessin? Was erzählt der? Komm hier runter. Nein. Ist hier jetzt irgendwas für mich hier nicht mehr? Eine Feuerwand. Hilfe. Aktiviert den Schalter für mich, Schätzlein. Danke. Zurück. Ich schaff das sonst nicht. Das muss ohne Fehler gehen. Das muss ohne Fehler gehen. Ich will nicht verbrennen. Ich will nicht verbrennen. Nein, das möchte ich nicht. Los, aktivier's. Bitte, 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 bitte. Okay, ich kann nur darauf zählen, dass sie genau das Richtige macht und mir hilft. Bitte, bitte, hilf mir. Oh nein. Oh nein. Ich würde dir gerne helfen, Prinzessin. Warte. So, ich kann dir helfen. Einen Moment. Weiter, los, rennen. Rennen um dein Leben, ich renne um mein Leben, wir rennen um unser Leben und der Böse, wie ich das verkokelt. Auch nicht schlecht, oder? Oh Gott, ich war viel zu langsam. Jetzt hätte ich gleich auf den nächsten klappen müssen. Hier. Schackle. Oh. Hopp. Und aktivieren. Ja, ja. Und bin tot. Schön. Oh Gott, wie soll ich da durchkommen? Also gut, nochmal zurück. Da, 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 da. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Noch weiter zurück. Okay, rennen. Ren, my darling, rennen. Okay, du kannst nicht... Ah, ich hab's schon wieder vergeigt. Komm her. Ah, jetzt. Ich muss da irgendwie... ...schaffen... ...inzwischen zu kommen, weil ich sonst sterbe. Achso, ich hab den Challenge gemacht. Ahaha. Das könnte vielleicht so einiges... ...erklären. Okay, Leute. Das kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht kann. So, bam, bam. Zack. Und ich war zu langsam. Zurück. Lalalalala. Und zu langsam. Oh Gott. Ist das denn so schwer? Ist das denn so schwer? Go for it. Tim. Das geht anders. Irgendwie, ähm... ...anders. Nein, so nicht. Ich will immer vorspulen, warum auch immer. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Oh, das hat ich vorhin schon besser. Ich muss vor den... ...kommen vor diesen... ...oh, oh, 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 es hat geklappt, warum auch immer. Oh, es hat geklappt. Rennen, 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 rennen. Aktivieren wir den Schwach. Verdammt, danke, 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 danke. Huh, huh, huh. Los, nimm die Briefpost mit, weil wir sind jetzt dann Mann und Frau und... ...weiß denn, du hast... ...und dann machen wir ihn, aber... So. Nein. 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 Auch nicht. Das schaffe ich so. Ja, Moment. So, wir rennen, rennen, rennen. Aber wenn ich nicht richtig springe, funktioniert es nicht. So. Oh Gott, bitte weg. Kann sie weg, danke. Oh. Kletter, kletter. Kletter, meine Liebe. Kletter. Sie schläft.